So, und schon geht's weiter bei Rise of the Tomb Raider. Ja, nach dem Fail der letzten Aufnahme machen wir das jetzt mal gescheit. Müssen wir noch Jonah befreien. Mehr oder weniger erfolgreich. Wuhu! Aber es ist ziemlich straight forward, wo man hin muss. Okay. Oder auch nicht. Ja, wir fehlen nicht, das sind einfach nur glückliche Missgeschicke. Ja. Jetzt vielleicht doch lieber aufpassen, wo ich lang renne und springe. Maul. Wir sind mal bald bei ihm. Bald, 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 bald. Das war ein bisschen laut. So ein kleines bisschen. Wir sind hier gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Ich habe nur getan. Ich habe nur getan. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Nein! Räumt die Zehnblöcke. Tötet sie alle. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet. Ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Okay. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wann wollen wir? Wir sind fast in Position. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologiezeitschriften liest, aber... Ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity. Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ja, einer ist ja der wahre Teufel. Und sie hat ja Konstantin... Rumklicken wir hin. Äh, Konstantin ja manipuliert. Ja, aber hätte er ihn abgeknallt, dann... ...hätte er ihn nicht abgestochen. Äh, nichts Interessantes jetzt. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. So, wo seid ihr alle? Oder muss ich extra hin? Halt! So viel... Zeugel! Flackt hier rum. Aber wie immer voll. Einer weg. Und der nächste. Ja, die können alle so reinkommen, wie so Schießbudenfiguren. Würde mir das Ganze ein bisschen leichter machen. Ich seh nix. Wo ist der Drecksack? Wo ist der Drecksack hin, hey? Uh! Äh, heilen kann ich mir nicht. Uh, der war nice. Oh, nur meiner. Sollte vielleicht mal ne andere Waffe nehmen. Aber irgendwie mag ich nicht. Genau deswegen. Hab Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole. Hab Sichtkontakt zum Ziel. Nicht hier. Weiß Alter. Wir kommen doch darauf. Schick Natur bestätigt. Nach zum Angriff. Oh ja. Alle abweich. Wenigstens ein bisschen in Sicherheit. Ich muss vorsichtig vorgehen. Ja, okay. Das weiß ich unbedingt vorsichtig. Aber egal. Hi. Ja, das weiß ich wirklich vorsichtig. Das weiß ich dämlich. Unverwundbar. Moment, Moment. Ich krieg schon irgendwie hin. Au. Wo ist Deckung? Hier, hier, hier. Uh. Das war knapp. Und leicht sind nicht von mir. Moment. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Ich kann mich noch oft genug. Er, ne, eigentlich nicht mehr. Haben wir alle? Blöd. Ich glaub, jetzt haben wir alle. Das war der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Huh. 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 Und sau. Okay. 유튜� component.